so heute die beste mission in der vorbereitung wenn ich die geilste mission muss ich sagen ich feiere die so ich darf jetzt moment ich muss noch im bau das auto hat jetzt die crewfarbe drauf das was ich hatte ist keine kuhfarbe das ist einfach die jetzt drauf gemacht weil die kuhfarbe ist quasi glaube ich dann lila pink oder die ich meine ich hatte schon lachs rosa gaming sowie kann man nur sein auto und crewfarbe nieder machen wenn man in einer crew ist macht man doch alles für die crew nur nicht bücken ach baby hat sich doch schon öfter für die kuh gebückt naja auf kauf na wie gesagt ich stehe bei yvonne ich finde die geile die mission das ist die beste vorbereitung von denen allen stunden dran eine stunde und 32 minuten sind wir schon dran ja wir haben ja schon ein bisschen was gemacht heute ja ich glaube weil ich das so durchkommt bis 13 uhr das wird schwierig werden wir haben jetzt viertel nach zwölf mal gucken gut auf geht's warum ist der markus wieder da sind wenn ihr alle bereit drückt dann oder breit sind dann starten wir okay die gefecht zum gs startklar ich fliegt aber die die scheiß hydra nicht sag ich dir gleich so wenn wir da also ich fliegt hier lieber mit dem leser unterwegs ja ja geht und funktioniert auch schon so war gut ich bin tatsächlich nicht so fan von gucci und ich bin tatsächlich nicht so fan von gucci und und diese luxusmarken so ist nicht meine feld ist nicht meine welt auch wenn ich die kohle dafür hätte nein da steht die crewfarbe ja ich habe meine tatsächlich mal als als ungepanzertes ja das ist die crewfarbe ja das ist die crewfarbe die wir im moment aktiv haben ja ist ja wenn ihr nichts dagegen hat können wir auch die die crewfarbe ändern wenn du dann nachher die einstellung oder so machst nö nö ich finde die eigentlich ganz gut siehst du die rosa die die lila linie unten auf der karte nein das geht nur wenn der beifahrer das macht ok jetzt hier links und dann die nächste rechts einmal also quasi im halbkreis ich sehe du das irgendwie neben der karte so ein bisschen fährst auf die autobahn rechts links nein links und dann geradeaus links autobahn wir haben 2,6 km geradeaus geradeaus fahr doch mal ok ich sag nichts mehr ich hab das schnellste weg markiert wir hätten jetzt ja das war direkt der schnellste weg rechts und hätten nur geradeaus fahren müssen die ganze strecke bis zum strand ja dann fahr hier rechts auf die autobahn halt da geradeaus weiter geradeaus weiter geradeaus die autobahn hat er mir nicht als alternative gezeigt er war durch die stadt durch und jetzt hier links auf die autobahn genau nein 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 weil wir eigentlich jetzt quasi ah ja ich weiß was du meinst wo wir die brücke ja gut es wäre auch möglich gewesen aber nein 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 ist die falsche egal macht einfach wie ihr wollt das ist ja aber ist ja ich ganz ruhig bleiben eben habe ich jetzt auf treite es ist nur ein spiel leute sind nur zwei und megabytes mehr ist das nicht was hast du dir das zusammen wir sehen wo alle dicken die ganze zeit wenn es dir zu viel wird kannst du auch schießen ich glaube ich glaube mit der studie dort zusammen soll ich fahren so ich sehe ich schon kommen wir da sind habe ich keine panzerung mehr deine panzerung nimmt dabei doch nicht ab doch ich habe fast keine panzerung mehr ich habe schon nachfüllen müssen meine hat nicht abgenommen also die ist jetzt schon wieder halb leer das passiert auch wenn man sich nicht anschneid während der fahrt also ehrlich und der ziel links genau dann kann das unterrichtung strand genau hierunter ja genau das verträgt der wagen da steht das boot und müssen wir hin das ist dieser meiner meinung nach die beste mission von dem spiel von der von der verbreitung ja du wartest da quasi mehr oder weniger durch das wasser ist zu nass so wir können leider gibt es diese flugzeugträger auch nicht in der realen im normalen spiel das gibt es nur wirklich in dieser mission wenn ich persönlich ein bisschen schade das ist ein flugzeugträger aber doch jetzt was denn der kommt noch den gibt es schon im freien modus als besonderen online ja aber nicht so im normalen freien spiel aber der kommt noch ich hoffe dass bei den römer mann kauft das u-boot kam auch nach einer zeit der kommt noch der kostet ja schon 20 millionen oder mehr 50 millionen oder so in game money da ist er doch schon wobei bei nacht macht die mission noch mehr laune so ich hoffe dass das so funktioniert wie ich das gerne wohl würde ich muss tatsächlich genau für diese mission mache ich jetzt tatsächlich meine in game radio wieder mal an damit das video dann gestreikt wird mit das gleich wird ok ja da wegen dem wegen dem in game aber ich hoffe dass es so funktioniert ich das gerne hätte ich habe jetzt hier bewusst mal das radio ausgenommen aber damit ich ein bisschen musik habe im hintergrund ja genau hier rein ich habe an die hauptsache wird man sich aus dem boot geschubst leider let's go Ich würde sagen, wie sich der Alarm ansetzt. Und bitte aufpassen, hier sind auch Benzintanks auf den Dingern hier. Ja, bitte lasst die Raketen stecken. Schade. Ich will Feuerwerk machen. So, da hat er eine Fahrzeugung eingesetzt. So, da ist noch eine Ratte. Ich sehe zumindest noch zwei irgendwo hinten rumlaufen. Da scheint oben aber zu sein, irgendwo. Ach, ne, da unten war der. Dann müssen wir jetzt. Hinten oder links? Ja, genau, links jetzt. Das hat sie auch gesagt. Ich glaube, es ist noch ein Zwischendeck und dann kommt das große Fett. Nee, wir sind oben. Der ist tot. Vorsicht, links sind auch noch Gegner. Ja, ja, ich sehe es. Jetzt will ich mich kommen. Alles gut? Hinter der Kiste sitzt noch einer. Der kann doch mal mitgekriegt von mir. Ja, und dann muss man rechts weiter sitzen. Da steckt er. Ihr müsst, müsst leider alle fliegen. Jeder muss einen Düsenjäger haben. Ja, Mann. Innen wir nicht doch schon drin. Wir kriegen noch... Wir kriegen noch ein bisschen Besuch gleich. Ich bin mit oben. Ich auch. So. Jets abschießen. Ja. Von VORZU AKUDO kommen. Kommt 607 Jets jetzt. Scheiße. Das war die Hydra, ne? Nee, Markus, du fliehst die Hydra, ne? Ja, aber mich hat es auch schon erwischt. Ich bin auf dem scheiß Flugzeugträger. Ja, wieder auf dem scheiß Flugzeugträger. Steht hier noch ein Jet rum? Ja. Mindestens einer. Und der bleibt schon. Das Bittere ist, dass ich hier gerade... Zwei Jets hinterher gehe. Ich fang mal hier ein bisschen ab. Erster weg, zweiter weg. Komm auf, setz wieder mit einem Jet hoch. Ich habe drei Stück jetzt schon angeschossen. Ich habe es erwischt. Scheiße. Nicht tragisch. Also, das kannst du noch mal, weil es so schön war. Ja, aber dies war nur die Flucht, meines Wissens. Sorry, die Rakete hatte mich betroffen. Ja, ich wollte zweiter her, zweiter hergehen, aber irgendwie waren die doch ein bisschen schneller. Drei hatte ich noch erwischt gehabt. Später dann. Ich hatte so schön vier Stück und dann kommt einer und trifft mich. Genau von Händen am Arsch. Das magst du doch so ein Schlimm. Ich bin kein Arschkriecher oder ein Arschstecher. Ein Popopirat. Schokostecher bin ich nicht. Und nein, ich bin auch kein Popopirat. Definitiv nicht homophob, das war das auch wieder jetzt jemand sagt. Ich habe da kein Problem mit. So, wir sind, also ich bin unterwegs schon. Ich bin auch schon hoch. Mit X. Ich bin dann erlobt. Du kannst mit Viereck die Waffen wechseln und mit X ganz gut fließen. Okay, jetzt kommen die Jäger. Ja, ich gebe auf die zwei Rechten schon, die da kommen. Irgendjemand muss dann nach links weg. Die zwei Linken wollen. Ich bin schon über der Stadt drüber. Nur Zielerkennung zeigt nichts an. Wo seid ihr? Ich komme gerade euch wieder zurück. Scheiße, die zwei, die ich haben wollte, die sind mir durchgewischt. Alter, dass sie sich nicht gegenseitig kaputt fliegen bei dem Schwarmflug da. Das gefällt mir gerade gar nicht. Ich komme nicht ran in dem Momentan. Jetzt. Ja, der zieht mir richtig weg. Das ist die Hydra. Die Hydra hat, glaube ich, drei Stück oder so am Arsch kleben. Ich bin aber gerade mit dabei. Und die hatte ich schon dabei, bei der Hydra aufzuräumen. Ach, das ist sie. Das hat ihr. Okay. Ja, das ist die eine. Die eine wollte ich nicht. So, Hydra ist frei. Das ist ja noch. Okay. Ich habe nur der eine noch. Habe ich aber schon erwischt. Okay. Go. Ich fliege übrigens die ganze Zeit mit nicht eingeklappten Rädern. Und jetzt Klappe halten. Hi. Hi. Ja, mein Radiosender hat sich aus der Sömung gestellt. Dangerousel. Ich bin hinter der Hydra. Scheiße. Hat sich eben doch das eine Flugzeugspiel ausgezahlt. Hä? Das Bomberspiel, was ich habe. Hatte sich eben ausgezahlt, die Manöver. Na. Jupp. Bei dem Luftkampf. Alter. Ich habe mal, jetzt ist es einfach nur, die muss auch nur die Hydra landen. Ich habe mal, jetzt ist es einfach nur, die muss auch nur die Hydra landen. Ich bin Wein. Ich bin ich. Ich bin ich. 18-E run. Ich bin. Entf personagem. wo ist die denn hin unter den hangar ab da an den nächsten langer von trevor der ich hatte das wenn man radios in der sich einfach verstellt ich habe Sie lasst mir doch fallen, wollte gerade sagen. Tja, super gemacht, Leute. Das Finale werden wir eh nicht mehr schaffen. Na, sehr wahrscheinlich nicht. Ich weiß gar nicht, was das nächste Setzer kommt. Der Kampfhubschraube, den wir noch mehr wieder klauen müssen. Ja, kriegen wir den noch hin? Schauen wir das noch von der Zeit her? Das ist gerade 41. Ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Ich würde sagen, nicht mehr, ne? Okay, dann machen wir das beim nächsten Mal. Dann warten wir jetzt wieder eine Woche, bis wir anfangen können, weiter machen können. Ich habe ja eigentlich Zeit, auch die Woche, unter der Woche. Auch unter der Woche? Ja, weil der Lockdown ja verlängert wurde, bis 7. Februar hier in Sachsen. Dementsprechend kann ich ja auch, was die Fahrschule betrifft, nichts machen. Ich habe einen Wunsch, könnte man nicht die Crewfarbe noch ein bisschen ändern? Mir ist es ziemlich egal. So, ich komme rein. Wieso? Weil die... Mir gefällt das Lila nicht so. So. Das ist außerdem die Lieblingsfarbe von meinem Bruder. Ja, aber jetzt habe ich auch schon das Logo darauf abgestimmt, das ist es ja. Okay. Muss ich mal gucken. Also ist Thomas jetzt raus, ja? Ja, du wirst es jetzt raus und wir machen jetzt zu zweit noch was anderes. Der zu dritt ist mit Yvonne. Der Mann, ich habe, sorry. Klar. Zu dritt meine ich auch. Meint sich auch. Das Ding macht Laune. Okay. Ich kann die einfach auf alle schießen. Was bringt dich heute? Okay. Dann ciao. Ciao, bis nächstes Mal auf jeden Fall. Jo. So, ich bau mal gerade mein Auto ein bisschen auf hier. So. aber diese hänger ja ja die haben die habe ich auch öfter das ist immer am casino ja ich hab das eben ja kann sein dass es der höhe das vom casino war ja das ist die höhe vom casino doch die autobahn ist immer am casino auch wenn ich öfter mal aufs casino zu fahre habe ich mal kurz so ein enger ich hatte einen übelsten lag auf jeden fall in dem moment drin aber der hat wirklich so drei vier sekunden gedauert deswegen dachte ich mir auch mein spiel das kack jetzt gleich ab ja herrpin turns are gonna be so ich hab mir das ding jetzt auch gekauft und hab den mal aufgebaut, hab den gepanzert ne gut dann werde ich jetzt hier gleich mal die aufnahme und dann kann man nämlich gleich mal gucken was wir noch machen ich würde sagen vielleicht ein paar kotter baby fett mit dem traktor längst du bist unterwegs in die stadt oder halt im casino stehst du mich am meisten findest ich dachte du bist dann im stripclub oder so na gut dann werde ich das ding immer für heute